Tja, Promi Big Brother geht in die nächste Runde, besser gesagt in die zweite Staffel. Diesmal das Konzept etwas abgeändert, aber irgendwie wirkt es doch schon ein bisschen bekannt. Denn ähnlich lief die zehnte Big Brother Staffel ab, also die mit Sexy Koran, die es ja mittlerweile nicht mehr gibt, und dem Klaus. Da gab es auch zwei unterschiedliche Häuser, ein Messi-Haus und ein Secret-Luxus-Haus. Diesmal ein bisschen ähnlich, nur dass es halt, ja, das obere Haus und das untere Haus ist. Mal sehen, was noch so passieren wird. Auch haben wir jetzt keine bombastische Live-Sendung gesehen vor großem Publikum auf der Freilichtbühne mit Show-Act und bla bla bla, sondern hat es eher im kleinen Rahmen gehalten. Finde ich, ist traditioneller, so gehört sich auch Big Brother. Unnötig viel Pam-Pam, ah, wer braucht das? Wir brauchen die Promis, die da reingesteckt werden und sich zu Idioten machen, hoffentlich. Bisschen schade finde ich, dass der Herr Pocher nicht dabei ist, wobei ich natürlich nicht unbedingt der große Pocher-Fan bin. Eigentlich eher das Gegenteil. Aber schade eigentlich schon, der war schon lustig im Zusammenhang mit Big Brother. Aber wir haben ja trotzdem die wunderbare Cindy aus Marzahn, die einfach immer sehr witzig ist. Man hat diesmal ihre Rolle etwas reduziert, finde ich. Reicht auch, man muss das nicht unbedingt krass überfüllen mit, ja, prominenten, beziehungsweise prominenten Komödiantinnen in der Richtung. Also, so muss ich sagen, ist das wirklich gut, das reicht, sie macht noch die Web-Show, das ist auch eigentlich gut, weil die Web-Show war letztes Mal richtiger Schrott und jetzt haben wir halt die Cindy, die das macht. Jetzt noch irgendeinen Typ von der Bild, den ich jetzt eigentlich nicht kenne, warum sollte ich den auch kennen? Und ich denke mal, die Web-Show wird recht gut, habe ich mir jetzt auch gerade angeschaut. Naja, sie haben erstmal die Promis aufgehangen, ein bisschen gelästert, war ganz unterhaltsam, aber bis jetzt nicht so der große Knüller, mal sehen, was in den nächsten Web-Shows so kommt. Und, ja, der eigentliche Moderator ist jetzt der Jochen Schropp. Ja, ist eigentlich in Wirklichkeit kein Moderator, ist eigentlich eher ein Schauspieler, deswegen auch kein besonders guter Moderator, aber, okay, man schaut Big Brother jetzt nicht, weil der Moderator gut ist, ist es eigentlich relativ egal, ob der Moderator, beziehungsweise die Moderatorin scheiße ist oder nicht. Ich meine, die Bechtel war die Ultrakatastrophe immer ganz schlimm und trotzdem hat man es geguckt, man hat einfach die Bechtel ertragen und der Schropp ist okay, er ist nicht gut, er ist aber auch nicht totale Scheiße. Von daher ist eigentlich an sich eine Verbesserung, wenn man so andere Big Brother-Moderatoren bedenkt. Jetzt ist natürlich bei der ganzen Sache die Frage, wer wird denn jetzt interessant sein? Also, ich denke mal, das Teppich-Lude, also die Janina, die wird auf jeden Fall für Zündstoff sorgen. Gab ja auch schon ein bisschen Reiberei. Dann haben wir den Aaron Troschke. Ja, der wird halt seine lustigen Sprüche machen, aber ich denke mal, der wird, ja, ich denke mal, eher langweilig sein. Also, das ist der, wer wird Millionärkandidat? Dann, ja, dann haben wir die Reitz oder beziehungsweise Alexandra Reitz, also die K-Elf-Tante. Ja, ich habe so eine Scheiße nie geguckt, werde ich auch nie gucken. Interessiert doch niemanden, die Alte. Dann haben wir die Mia Magma, eine Pornodarstellerin, kenne ich auch nicht. Deutsche Pornodarstellerin gibt es ja wie Sand am Meer, das sind ja eigentlich gar keine Pornodarstellerin, sondern mehr so Amateurzeug, kann ja jeder seinen Mist hochladen. Kann nicht morgen auch Pornodarsteller werden, alles gar ein Problem. Die scheint ein bisschen psychisch labil zu sein, das könnte, könnte was bringen, mal sehen, aber viel erwarte ich von der nicht. Dann der Paul Janke, also der Bachelard. Also, da erwarte ich einfach nur Dummheit von denen. Das wird auf jeden Fall, denke ich, unterhaltsam sein. Deswegen auf jeden Fall jemand, der für Zündstoff sorgen kann. Dann haben wir Frau Effenberg. Ja, also, sie hat zwar ein schlechtes Image und so und keiner mag sie so wirklich richtig, aber, ja, also, die ist eigentlich nicht wirklich der, jemand, der für Zündstoff sorgen kann, hat halt ein paar blöde Sachen im Leben gehabt und so hat, ja, wurde mit schlechter Presse bedacht und so. Aber, ja, in diesen 14 Tagen oder 15 Tage, wie lange die jetzt da genau drinnen bleiben, nicht gerade eine Person, wo ich groß für Zündstoff, also, wo ich denke, dass da groß Zündstoff kommen kann. Aber man weiß ja nie. Aber an sich, denke ich, wird die Frau sehr umgänglich da passieren. Und dann haben wir noch den, äh, Schaumburg-Lippe-Prinz. Ähm, ja, so ein Strahlemann, inhaltslos, denke ich mal. Aber wer weiß, wer weiß, man weiß nie, was passiert. Dann haben wir den Hubert K., der jamanisch-depressiv sein soll. Hat sich auch sehr merkwürdig verhalten. Ähm, ja, mal sehen, was da zu erwarten ist. Also, vielleicht isst er die anderen Bewohner. Das könnte natürlich passieren. Also, hier, also, entweder steht das tapfer durch, äh, oder es wird was ordentlich passieren. Vielleicht wird er auch vorzeitig das Haus aus medizinischen Gründen verlassen müssen, beziehungsweise, weil er einfach einen Bewohner vernascht hat. Aber nicht so, wie jetzt manche das vernaschen können. Aber, naja, mal abwarten. Dann, äh, diese Ella Tasseler, wie das, wie dieses Dummchen, dieses, ja, diese Jurastudentin, also, Bachelerkandidatin. Und dass man da immer die Bachelerkandidatin da, ja, als, ja, ja, Ersatzpromi oder so. Ich weiß es nicht. Also, jetzt haben wir da den Bacheler selbst und jetzt noch eine Bachelerkandidatin. Ja, mh. Also, jetzt haben wir den, oh ja, den Schül, so eine Schülpartei und so, ja, ein komischer Typ. Der, was, äh, der böse, böse Richter und so. Ja, also, das ist ein komischer Typ. Könnte Zündstoff, äh, könnte Zündstoff geben? Ja, ich bin mir noch nicht so sicher. Ja, also, ja, der ist eigentlich, ich sag mal so, ja, okay, er ist sexbesessen. Vielleicht wird er versuchen, irgendwo seinen Penis reinzustecken. Aber, interessant. Und, ähm, naja, er hat ja eine Biografie, so wie jetzt schon rausgekommen ist, kommt am Montag raus, ja, da hofft er anscheinend, dass das jemand kauft oder so. Also, aber, ich denke mal so, da wird von dem nicht viel kommen, aber ich kann mich auch enttäuschen. Also, potenziell ist da auf jeden Fall Reibungsfläche da. Ja, aber ich denke mal, der wird das zu sehr zur Selbstdarstellung nutzen, dass da, ja, einfach das Verhalten zu, zu bedacht ist, als dass wirklich was passieren könnte. Mal sehen, aber, ja, schwieriger Charakter. Also, es könnte Zündstoff geben, könnte, könnte aber aus selben Gründen gar keinen Zündstoff geben. Bin ich gespannt. Äh, dann haben wir die Liz Bafo, oder wie das sich richtig ausspricht, Bafoe. Vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich hab da keine Ahnung. Die Lindenstraßen-Schauspielerin, kenn ich eigentlich nicht, aber hat man mal durch, per Durchseppen mal zufällig zwischendurch gesehen. Ja, markantes Gesicht, ähm, aber die ist ja so lieb und nett und so. Also, ich denke mal, da wird uns eigentlich nix erwarten, Ähnlichheit wie die K-11-Tante. Ich meine, die ist noch so unbekannter, also, dass die K-11-Tante, ist das ja die Lindenstraßen-Tante. Also, ja, da ist nix zu erwarten. Also, ich denke ja mal, sozusagen, eigentlich sozusagen, der Träger, der Inhaltsträger der ganzen Sendung ist auf jeden Fall der Wendler. Und beziehungsweise die Wendlerin. Also, ich meine, über den Wendler kann man ja wirklich sehr viel sagen. Also, der Wendler ist definitiv ein Idiot, aber er ist halt ein kindschlimmer Idiot. Also, er macht viel dummen Schwachsinn. Er ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist er ja eigentlich ein netter, umgänglicher Typ und so. Äh, äh, ja, der normale Michael, das, äh, der Mensch hinter dem Wendler. Und dann mutiert er immer mal wieder mal zum Wendler und macht wirklich rotzdämliche Aktionen und verspielt sich da die Sympathien. Da stürzen sich gern die Medien drauf. Und dann wird er wieder niedergemacht, was dann auch wieder so unnötig ist, weil er dann wieder so aufgebauscht zum bösen Unmensch und dies und das. Also, ich bin mal gespannt, wie das mit dem Wendler hier sein wird. Aber ich denke mal, die meisten Leute, ich meine, er ist jetzt ja natürlich, äh, schon gewählt worden, äh, runter in den Keller von den Zuschauern. Also, äh, der Wendler, also, ich denke, ich denke mal, er wird, er wird zwiegespaltene Sympathien sich durch die Sendung erkämpfen. Wird wirklich interessant. Also, ich muss wirklich sagen, die anderen Leute so, die ist ja so drin, sind so, ja, eigentlich eher uninteressant. Und vielleicht höchstens noch die Frau Effenberg, dass man da was, ja, mal was zu sehen bekommt und so von der Person her für interessant. Der Rest ist mehr so, naja, Idioten oder Langweiler oder unwichtige Leute so. Aber der Wendler, der ist wirklich eine Person, die wirklich polarisiert, die auch wirklich immer wieder dumm Scheiß macht und sich da dann wirklich in dumme Scheiße reitet, obwohl es eigentlich total unnötig war und so. Ja, also, ich denke, ich denke, der Bachler, äh, der Bachler, sag ich schon, ich denke, der Wendler wird wieder unnötigen Scheiß machen. Aber wir werden auch den anderen Wendler zu sehen bekommen, ist halt die Frage, was uns denn in der Sendung gezeigt bekommt, äh, was wir gezeigt bekommen. Aber ich bin wirklich, das ist, der Wendler ist, das ist die große interessante Person. Also, ich denke, er wird wieder Scheiß machen, wodurch er sich Sympathien verspielt. Auf der anderen Seite wird er sich, denke ich, auch ein paar Sympathien erarbeiten. Ist ja die Frage, äh, inwieweit wir ein großes Spektrum vom Wendler zu sehen bekommen oder nicht. Vielleicht sozusagen, wird sozusagen die Figur der Wendler und der Michael dahinter, vielleicht wird das ein bisschen so deutlicher, äh, man kann es sozusagen mehr begaffen. Ich meine, wir sind ja alle voyeuristisch veranlagt, wenn wir sowas schauen. Und ja, es wird interessant sein, wie sich der Wendler machen wird. Aber ich denke so, es wird so ein bisschen zwiegespalten sein. Vielleicht schafft es der Wendler auch wirklich irgendwie so, äh, ja, ja, sich sozusagen als neuer Wendler rauszukommen, ähm, aus dem Haus. Also, vielleicht, ja, hat auch bei ihm vielleicht schon mittlerweile so ein anderes Umdenken eingesetzt, dadurch sozusagen, was er im Dschungel sich geleistet hat und so. Man weiß es nicht, also, es gab ja auch noch diese lustige Sache mit, mit dem Promi-Dinner, äh, äh, wo er denn da sozusagen hinter den Kulissen so ne Köche bezahlt hat und so ein Geheimnis draus gemacht hat. Auch so eine typische Wendler-Aktion, so nötiger Scheiß. Mal sehen, was er bei Promi-Big-Bother bringen wird. Bringen wird, sag ich schon. Äh, also ich bin wirklich sehr gespannt. Das wird auf jeden Fall ne sehr, sehr geile Staffel, denke ich mal. Wobei das hauptsächlich natürlich durch den Wendler getragen wird. Also diesmal kann jetzt nicht die andere Presse rumspotten, man hätte keine Promis. Okay, es sind fast keine Promis dabei, aber der Wendler, der ist doch in aller Munde. Also, ich denke, wird ne geile Staffel. Und ich freue mich auf, ja, zwei Wochen Promi-Big-Bother. Das wird geil. Also Leute, zieht euch den Mist rein. Ich werd's auf jeden Fall tun. Und ich freue mich auf, ja, zwei Wochen Promi-Bother.